Hallo, mein Name ist Alexander Hacke und das ist die freundliche Übernahme auf Radio 1. Was ich hier spielen werde heute, ist so eine Mischung aus All-Time-Favorites und Sachen, von denen ich glaube, dass man sie eher selten auf Radio 1 zu hören bekommt. Ah, The Loved Ones. Ich muss sagen, es ist die beste Gesangs-Performance, die ich überhaupt kenne, jemals. Hell is a real place, meine Damen und Herren. Alexander Hacke, die freundliche Übernahme auf Radio 1. Next. Sick of it all. Take the night off. Viel Spaß. Bingo. Und als nächstes hören Sie eine Weltpremiere, auf jeden Fall eine Radio-Weltpremiere. Es geht um die neue Platte von meiner Frau Daniela Picciotto, benannt nach ihrem Geburtsort Tacoma. Und Sie hören I Have Love. Die Platte erscheint am 15. April dieses Jahres, 2015, auf dem Label More Beat Records. Betrieben von der Ihnen nicht unbekannten Udrungut. Ihr wollt mich töten. Und dabei ist es doch die freundliche Übernahme. Die Sterne, meine Damen und Herren. Ein Duett von meinem Freund Frank Spielker und mir. Ich bin dazu gekommen, das zu singen, weil ich ihm gesagt habe, dass dieses Stück, was er da geschrieben hat, Ihr wollt mich töten, am ehesten zu vergleichen ist oder genauso großartig ist wie ein Johnny Cash Stück. Und deswegen spielen wir den jetzt auch. Johnny Cash mit seiner Version von einem eher unausstehlichen Songwriter, der aber in diesem Fall wirklich sehr großartige Arbeit geleistet hat, muss ich sagen. Das ist One von Johnny Cash, gesungen, geschrieben von, ja. Die nächste Nummer und leider kommen wir zum Ende der freundlichen Übernahme. Macht mir nämlich Spaß. Das ist Alexander Hacke und das war die freundliche Übernahme auf Radio 1 im RBB. Hat mir total Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und weil meine Zeit jetzt vorbei ist, spiele ich euch You've Got Time von Regina Spector von der eher fragwürdigen Fernsehserie Orange is the New Black. Aber das Stück ist toll. Ciao. Musiker machen Radio. Die freundliche Übernahme von Radio 1.